Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, ein Fisch kann im Wasser nicht ertrinken. Das Wasser ist sein Lebensraum. Dort findet er alles, was er zum Leben braucht. Dort fühlt er sich wohl. Im Wasser ist der Fisch und sein Element zu Hause. Ein Vogel kann aus der Luft nicht abstürzen. Er breitet seine Flügel aus und gleitet dahin. Die Luft trägt ihn. Der Vogel ist in der Luft, in seinem Element und zu Hause. Was ist aber mit dem Menschen? Wann eigentlich ist der Mensch in seinem Element und zu Hause? Was trägt ihn? Was lässt ihn nicht abstürzen? Wie kann er schwimmen? Was braucht der Mensch zum Leben, damit er sich richtig wohlfühlt und sich wohlfühlen kann? Sicher, gut zu essen und trinken, geregelte Finanzen, ausreichende Altersvorsorge, eine abwechslungsreiche Freiheit gestalten und leben, vergnügen, tun, was ihm Spaß macht, durch das ganze Leben. Aber das alles ist weltlich und zu wenig. Es reicht nicht, damit es um so richtig gut geht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und auch nicht nur vom Brot und vom Spielen und vom Vergnügen. Wir brauchen vor allem jetzt, in dieser Zeit, viel mehr. Und siehe da, steckt noch eine tiefere Sehnsucht in uns. Was brauchen wir? Wir brauchen das, was uns Geborgenheit schenkt, was uns glücklich macht. Wir wollen verstanden und angenommen werden. Wir wollen akzeptiert werden. Fragen wir uns nochmals, wann ist der Mensch eigentlich in seinem Element und zu Hause? Was ist lebensnotwendig? Was wendet die Nöte und löst uns von unseren Leiden und von unseren Sünden? Wenn ein anderer sagt, du, mit dir kann ich etwas anfangen, ich hab dich gern, ich bin bei dir, ich stehe an deiner Seite, ich möchte mit dir alt werden, ich hab dich lieb. So richtig in seinem Element ist der Mensch nur dann, wenn er spürt, ich werde von jemandem geliebt, akzeptiert und angenommen. Die Liebe, das Element des Menschen, da fühlt er sich am wohlsten und in Frieden. So geht es Ihnen, so geht es mir, so geht es allen Menschen. Und heute feiern wir Weihnachten. Das Fest der Liebe wird es genannt. Und in Wirklichkeit feiern wir die Menschenwerbung Gottes. Die Welt, die Menschen haben sich alles ausgedacht, womit wir uns unsere Liebe an Weihnachten zeigen können. Die allerbesten Computer, das beste Essen, das neueste Handy. Aber ist das alles wirklich notwendig? Grundregend ist, dass jemand Ja zu uns sagt, so wie wir sind, mit meinem Licht und mit meinen Schattenseiten. Damit ist gemeint, mit den guten Werken, die wir vollbringen, aber auch mit den schlechten Dingen, die wir in unserem Leben bewusst oder unbewusst tun. Und dieser Mensch steht zu mir, was auch in meinem Leben kommen mag. Heute ist Weihnachten. Und dieser Mensch, Gott, Jesus, hat Ja gesagt zu uns, zu uns gesprochen und zu jedem und zu allen. Denn er kam als Licht in die Welt auf die Dunkelheit, hat ihn nicht anerkannt. Und die, die ihn anerkannt haben, hat er Gottes Kinder genannt. Das ist die wesentliche Grundlage für unser Leben, das Element, in dem wir uns wohlfühlen, wie der Fisch im Wasser oder wie der Vogel in der Luft. Gott sagt Ja zu uns, seine Liebe zu uns wird handgreiflich, sie bekommt Hand und Fuß. Jesus Christus, das Kind in der Grippe, die menschgewordene Liebe Gottes, das Fleisch angenommen hat. Gott ist Mensch geworden und menschlicher hat keine andere Religion je von Gott gesprochen wie Jesus selbst. Und menschlicher und lebenswürdiger hat auch Gott nie zu den Menschen geredet wie durch Christus. Er verlässt sein göttliches Element, seine Unbetreiflichkeit, wird auf einmal für uns Menschen mit seiner Göttlichkeit auf den Erden begreifbar. Denn, die ihn annehmen, hat er Gottes Kinder genannt. Er wird greifbar, er stellt sich ganz auf die Seite von uns Menschen, egal wie wir sind, wie wir aussehen, wie groß wir sind, was für ein Leben hier führen. Er ist an unserer Seite und öffnet, dass die Tür des Lichtes. Einen verlässlicheren Grund, auf dem wir mit beiden Beiden stehen können, gibt es nicht. Gott lässt uns nicht abstürzen. Wie der Vogel, der durch die Lüfte geleitet, bereitet er seine Fügel aus, um uns darauf sicher zu tragen. Und selbst wenn wir darunter sind, segnet er uns. Und heute feiern wir weiter. Jesus, Gott, tritt ein in unser Leben, in der dunklen Welt, kommt Licht, das die Menschheit erleuchtet. Das berührt grundlegend, weil er Leben, Freude, Leid und Tod der Menschen teilte. Deshalb ist nun kein Ort der Welt mehr gottlos, kein Abgrund mehr gottlehrt, kein Menschenleben gottfern. Und deshalb können all unsere Nöte die entscheidende Wendung erfahren und auch annehmen. Immanuel, Gott, ist mit uns, was auch kommt. Jetzt gilt es, einfach offen zu sein, unser Herz für diese Tatsache nicht zu verschließen, sondern zu öffnen, damit durch die Geburt das Licht auf unsere Herzen erleuchten kann. Gott, Jesus wird Mensch, kann man größer vom Mensch denken? Es wird Zeit, dass wir es Gott gleich tun, wenn auch wir von ihm und von unserem Mitmenschen groß denken, wenn wir an ihnen groß handeln, so wie er an uns gehandelt hat, wenn wir ganz menschlich werden, dann geben wir seiner Liebe unter uns eine Chance, eine Möglichkeit. Dann kommt Christus durch uns zur Welt. Damit wenden wir so manchen los. Denn dann ist Weihnachten nicht nur ein Festtag der Liebe, sondern auch ein Festtag des Rettens. Dann geht Weihnachten zum Lebensgrundsatz, der Beginn des neuen Lebens. Und dann sind wir wahrlicher auch in unserem Element als Mensch zu Hause. Liebe Schwestern und Brüder, im Namen der anilischen Gemeinde Bremen und Norddeutschland wünsche ich uns allen ein frohes Fest. Frohe Weihnachten wünsche ich uns allen. Christus ist geboren und uns erschienen. Eure Eminenz, ich darf auch unsere Glückwünsche Ihnen, dem Priester, dem Diakon und der Gemeinschaft, hier in Delmenhorst bringen und wünschen Ihnen viel Gesundheit, viel Frieden hier aufhören und weiterhin viel Erfolg hier in dieser gottgesegneten Gemeinde. Frohe Weihnachten!